Parasite EVE 2 Und wir müssen jetzt hier raus Okay Leute, wir sind hier auf B3-Shelter in diesem Dumping Hole Also in der Müllabteilung abgesperrt Und wir wollen hier raus Gut, da würde ich mal sagen Telefon haben wir hier, habe ich schon gesprochen Gut, würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hier weiter Wir haben den Keil dabei Das heißt, der kann uns ja jetzt auch wieder ein bisschen helfen Gut, Leute Freut mich, dass er Das ist wieder so ein Lachergegner Schaut euch die mal an So, Batz Der lacht uns wieder aus hier, ist okay, Leute Keil, schießt ruf Los, helf mir Keil Sehr schön Oh, was hat der für eine Waffe Der macht hier richtig viel Schaden, Leute Ja, wie gesagt Wir haben jetzt wieder Unterstützung Kriegen jetzt natürlich nicht so viel XP Aber Moment, ey Wir haben 4.900 XP Da würde ich sagen Leveln war doch direkt mal hier die Heilung auf Level 3 4.000, zack So, jetzt haben wir eine viel schnellere Heilung, Leute Und eine heftigere Heilung Sehr schön, Leute Das war sehr gut So, hier gibt es glaube ich nichts mehr, ne Wir sind jetzt hier in diesem Abwasserkanal mal wieder, ne Lässt sich nicht bewegen Nichts von Interesse, okay Ja, wir sind in einem Abwasserkanal Und ihr erinnert euch, Leute In Dryfield war auch ein Abwasserkanal Das hat keinen Zweck Mhm Lassen wir den Gedanken mal so im Raum stehen Alles klar Gehen wir mal in den nächsten Raum hier Weil hier ist jetzt eigentlich Erstmal nur kämpfen, haben wir gesagt Da liegt doch schon wieder so ein Krüppel da hinten, ey Komm, Kyle, schieß drauf Los Schieß drauf, da Brrrrrr Ha, ha, ha Ah Oh, um Gottes Willen, ey Ah Was ist das für ein komisches Ding So, jetzt zeige ich euch mal hier die Heilung Die Level 3 Zack, schaut euch mal Jetzt soll ich mal an Die geht so richtig schön schnell Der Kyle schießt drauf, da los Sehr schön, Leute Boah, mit dem Kyle ist das so super Ganz ehrlich Jo, Leute Wir sind hier in so einem Abwasserkanal Und Lässt sich nicht bewegen Hier sind überall so Drehdinger Aber jo Sagst du noch irgendwas zu mir hier? Nö, okay Jo, Leute Wie gesagt, freut mich, dass du mir wieder dabei seid Bei Paracetive 2 Kein Zutritt Achtung Überflutung Mit einem Gitter versiegelt Ja, okay Hier liegt nichts Aber ich meine Hier lege irgendwo was, oder? Bevor wir da die Leiter hochgehen Gibt's hier irgendwas? Der schlappt da vor sich hin, okay Eine Leiter Ja gut, dann geh hoch, ah ja Genau Wir müssen uns jetzt Wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück In das Oh Gott Kyle Kannst du die erledigen? Bitte Schieß da drauf, da, Kyle Los Schieß drauf Schieß doch Oh Oho Du hast einen Flammenwerfer Geil Den will ich auch haben, Kyle Der hat einen Flammenwerfer Richtig gut Einfach mal kurz seinen Flammenwerfer gezückt Und das war's Ja Gut, Leute Was haben wir denn hier? Das ist zu viel Wasser Ich geh da nicht runter Wie? Kannst du nicht schwimmen, oder was? Es ist alles überflutet Ich hab keinen Badeanzug Äh Du kannst doch mit Klamotten schwimmen Naja, egal Gut, Leute Hier gibt's ein kleines Rätsel Oh Wart mal Moment Nein, nein, nein Dann geh mal hier raus Null, null Nee, klar Äh Ich will das vorlesen Die Begegnung für das Schleusentor, Leute Auf der Anzeige steht etwas Zehnerstelle Und Einerstelle Wir brauchen also ein Falsche Kennnummer Wir brauchen also einen zweistelligen Code Und der Kyle da Der will uns da doch schon was mitteilen Hier in der Richtung Gibt's nämlich eine Notiz Leute Hier eine Überwachungstafel Auf dem Deckel steht was Vor dem Öffnen des Schleusentors Alle Personen in Sicherheit bringen Die Ratten Spinnen Und Kakerlaken Werden ersaufen Die Kennnummer Die Kennnummer Ist die Summe Die Summe der Beine Dieser Viecher Okay Was, 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 was Moment Ratten Also die Beine Müssen wir jetzt zählen Von diesen Tierchen Ähm, ja Die Ratten Spinnen Spinnen und Kakerlaken Ratten Haben ja Vier Beine Spinnen Acht Zwölf Also Vier plus acht Sind zwölf Und Kakerlaken Äh Sechs Genau Da haben wir Achtzehn Beine Leute Also vier Plus acht Plus sechs Genau Das war eigentlich auch schon Die Lösung des Rätsels Das ist zwar so ein simples Rätsel Aber wir haben Achtzehn Beine So, dann probieren wir das mal aus Welche Ziffer eins Und die Einser Stelle Ist die acht Bitte Ja, seht ihr Bitte Hebel Heben Okay Schleusentor geöffnet, Leute Sehr schön Ja, und die Das ist ein bisschen rucklig Aber Geht schon Ja Wir lassen jetzt hier irgendwie das Wasser raus Damit wir da runter können Ja, genau Und da sind wir gerade eben reingekommen Und da ist jetzt alles voller Wasser Gibt es hier noch irgendwas? Das Schleusentor ist schon offen Wo sind wir denn hier überhaupt? Uh, da sind Ah, Moment Wir können jetzt nämlich nicht mehr hier runter Schaut mal Wir können jetzt Oder können wir hier noch runter? Ist alles überflutet Ich habe keinen Badeanzug Ja, ja, ist ja gut Du willst nicht da rein Alles klar Ja, würde ich auch nicht wollen Diese verschmockte Wasser hier Gut Dann würde ich mal sagen Können wir jetzt hier runter Und ja, Leute Geht es euch gut? Mir geht es sehr gut heute Ähm Ich nehme das nach wie vor An diesem Freitagabend auf Ich habe eben noch eine Folge Spore gemacht Das werde ich später noch sehr dringend gebrauchen können, Leute Gut Ähm Ja, dann würde ich sagen Kyle bleibt da oben Der hat keinen Bock Sowieso wir was von ihm kennen Der Typ, der ist irgendwie Ich weiß auch nicht Naja gut Ähm Ging wir weiter Erinnert ihr euch an dieses Kanalsystem, Leute? Und an diese Musik? Ich glaube, ihr erinnert euch Ich sag's nicht Ihr werdet es gleich sehen Oh, schaut mal Da bewegt sich was da hinten Äh, was? Hallo? Schaut mal Da ist ein Gegner Da ist ein Fischgegner Schaut euch den an Der kann gar nichts machen hier Weil er Weil er kein Wasser mehr hat Hahaha So muss das sein, Leute Oh Oh Boah, wo war das da gerade? 131 Schaden Heftig Krass, Leute Yo Wir sammeln weiter schön EXP, Leute Genau Da oben ist ein Tor, Leute Das wird gleich sehr wichtig uns verinnern In 5 Minuten, schätze ich Jedenfalls Im Moment Ich seh drüben Licht Abgesperrt Ja Noch ist es zu Ah ja Aber Wir wollen ja das gute Ende spielen, ne? Nur so als kleiner Tipp Die Tür wird sehr wichtig für uns jetzt Hallo, Kyle Ich lauf mal durch dich durch, ja Haha Genau, Leute Dann würde ich mal sagen Gucken wir jetzt in den Gegnerbereich Sehr gut, Leute Wir kommen in den Gegnerbereich Dann würde ich mal sagen Hier gibt es so eine Leiter hier Eine Leiter Dann gehe ich hier runter Ah ja Lass den Kyle da hinten Scheißegal, wirklich Der ist einfach so faul Oh Oh Das ist doch der So ein Fischgegner, ey Also wirklich hier So Ähm Damit wir die schneller kaputt kriegen Nein, nicht die Bugshots Die hatte ich doch schon Oder lass den Kyle einfach drauf schießen Genau Ah ja Lass den Kyle einfach drauf schießen Mit seinem Flammenwerfer einmal Kann der Kann der uns mal helfen? So wirklich Ja, wobei Das ist nur einer Das geht noch Äh Probieren wir hier den Feuerball Zack Der Feuerball zieht auch gut rein, Leute Auch 200 Schaden hier Ja, 3, 3 Okay Wir kriegen natürlich nicht so viel Ähm Gut Ich würde sagen Ja, Moment Genau Ähm Hier hinten, Leute Jetzt wird es nämlich interessant Oder Moment Nein, 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 nein Noch nicht Doch, aber ich kann es ja schon mal anklicken So als kleinen Teaser hier Die Bedienung für das Vollmondtor Auf der Anzeige steht was Zehner Stelle Und Einer Stelle Wir haben natürlich noch keinen Code Ich kann euch aber schon mal sagen Das Vollmondtor ist das Tor Was wir vor 2 Minuten Hier rechts oben Gesehen haben Was noch verschlossen war, Leute Genau Und Wir müssen jetzt Ein Mini-Rätsel Wirklich ein Mini-Rätsel lösen Und zwar Schaut mal da Da ist wieder so ein So ein So ein Kasten hier Eine Überwachungstafel Genau, Leute Auf dem Deckel steht was Das Vollmondtor Kann nur nachts geöffnet werden Wir erinnern uns Draußen ist es nachts Das heißt Das ist schon mal gut Wie viele Nächte bis zum Vollmond? Mhm Ihr seht die Zahl ist blau, ne? Der Rest ist auf japanisch, Leute Ich kann es leider nicht lesen Ihr erinnert euch In der Folge Keine Ahnung 10 oder so Auf jeden Fall Nach diesem Traum Nach dem ersten Traum Den wir da in Dryfield hatten Haben wir einmal Etwas über ein japanisches Vollmondfest gelesen Und das Fest hieß 15 Nächte Genau, Leute Jetzt wisst ihr Warum die Zahl 15 so wichtig war damals Warum wir uns die gemerkt haben Weil Mit der 15 Können wir jetzt hier Hinten Dieses Mini-Rätsel Wirklich lösen Den Code eingeben Welche Ziffer? 1 Bitte Eierstelle eingeben 5 Bitte Hebel heben Okay Vollmondtor geöffnet, Leute Wir haben es gehört Das Tor ist Offen jetzt Richtig Aber da gehe ich noch nicht hin Weil das wird nämlich gleich Ein cooler Story Du bist Ich werde jetzt Ich will aber auf jeden Fall Erstmal nochmal hier kurz Die Gegner hier drinnen machen Um die noch kurz mitzunehmen So Ähm Gut Wir dürfen nämlich Moment Das erzähle ich euch alles gleich Karl, komm mal her Mach dich mal nützlich Da ist er wieder Los Der schießt nicht drauf Ey Der ist so eine feige Sau Wirklich Jetzt schießt er drauf Da Ja, danke Wobei Den hätte ich auch selber gekriegt Naja, egal Leute Ähm Ja Das Ding ist Moment Ich gehe nochmal kurz hier durch Weil Außer Betrieb Ist der kaputt Kaputter Lift Wo soll der auch hinführen Ah ja Da unten Da sind wir nämlich hergekommen Ihr erinnert euch Da Diese Treppe da Das ist jetzt nämlich alles voller Wasser Genau Und wenn wir jetzt hier hoch gehen Zeige ich euch kurz Schaut mal Schaut mal wo wir sind Wir sind hier auf der anderen Seite Wo wir angefangen haben Den Part Genau Leute Wir sind hier auf der anderen Seite Wir haben also quasi Den ganzen Weg gemacht Um hinter diese Türe da zu kommen Werde ich euch mal zeigen Hier Sieht verdammt stylisch hier aus Ach Was ist das da? Das ist nix So Den Aufzug dürfen wir jetzt nicht betätigen Wir haben den ganzen Umweg jetzt gemacht Um auf die andere Seite von dieser Tür zu kommen Leute Ihr erinnert euch Wir haben hier angefangen Okay Leute Jetzt stehen wir vor einer Gabelung Wir könnten jetzt diesen Aufzug hier betätigen Allerdings Zeigen Richtig Und genau deswegen Gehen wir jetzt nochmal zurück Genau deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz da hinten zurück Ähm Wo wir das Tor da gesehen haben Genau Kyle Dann kommst du bitte nochmal kurz mit Weil du kannst den Bunker alleine untersuchen Äh Ich hab besseres zu tun Ganz ehrlich Und ja Genau Dann würde ich mal sagen Ähm Stiefeln wir mal da hinten Ja Gehen wir mal hier hoch Kommen wir wieder in diese Nette, nette Kanalisation rein Und da werdet ihr gleich überrascht sein Denke ich mal schon Wobei ihr könnt es euch schon denken Wenn ihr eins und eins zusammenzählen könnt Wenn ihr euch An so eine Art Gang erinnern könnt Leute Gut Geht da hoch Eier Und Dann Hier rein So Das Schloss ist offen Sehr schön Wir können da rein Hört ihr das? Aha Guckt das euch bekannt vor Flint Kommt euch das bekannt vor? Wir sollten uns hier trennen Ah ja Was hast du vor? Den Bunker checken Ich mach mir Sorgen um Mr. Douglas Geh zu ihm Komm nach, wenn du dich vergewissert hast Alles klar Ich werde im Bunker warten Geil Sei vorsichtig Genau Leute Wir sind nämlich in Dryfield Jawohl Leute Sehr schön Flint Süßes Wauzi Ne? Genau Leute Wir sind zurück in Dryfield Wer hätte es gedacht? Was ist los? Genau Leute Wir sind in Dryfield Ist das nicht geil? Wir sind hier Ach du Heilige Ähm Wie war das denn jetzt? Ah Ich erinnere mich gerade an etwas Hm Ich erinnere mich gerade an etwas Auf jeden Fall Gut Ähm Haha Wir sind in Dryfield Leute Sehr schön Ich würde mal sagen Der Flint Der will uns jetzt erstmal irgendwo hinführen Dann würde ich mal sagen Jo Gehen wir mal zurück Also folgen wir mal dem Flint hier Was hat er uns denn so zu zeigen hier? Hallo Wauzi Du siehst süß aus Haha Genau Leute Erinnert ihr euch? Ach wir sind wieder hier in der Gegend Das ist doch mal mega geil Gut Ähm Oh Da hängt irgendwas Was hängt denn da oben? Gegner Ach das ist so ein Lachgegner Okay Ah der 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 robbt sich da irgendwie nur so durch die Gegend Der macht irgendwie nix Okay Alles klar Ja Leute Wir sind wieder da eigentlich Und wir haben zwei Items gekriegt hier Fläschchen und ne Zusatztasche Ah Die Eude Toiletz Ähm Ah ne Ich glaube Die Eude Toilette werde ich nicht benutzen Aber ich werde Was soll ich dafür wegschmeißen Leute? Ich brauche die Zusatztasche Ich werde dafür nichts wegschmeißen Ich werde dafür einfach hier Ja komm MP Wasser Kann ich das benutzen? Sind schon voll Schade drum Aber Ja Wir sind halt voll So Du willst dass wir auf den Wasserturm gehen? Okay Dann gehen wir mal da hoch Würde ich mal sagen Schaut mal wer da ist Leute Das ist Bias Richtig gut So Dann machen wir hier einmal hier Dings Kombustion Auf die Auf die Mücken da Na das geht nicht Oh die Musik Ja ja Oh die blöden Teile hier wirklich Mach nochmal komm Bastion würde ich gerade Das ist Pias Leute Wir haben Item erhalten Und einen Bonus Ja nimm nur die Hydra mit Und den Rest kannst du liegen lassen Das ist der Pias Leute Der Kollege aus dem Anfang Aus dem Büro Cool Richtig cool Pias Warum Hey Ich lebe noch Pias Bist du okay? Leider nicht so ganz Ich seh dich doppelt und dreifach Witzbold Ganz der alte Pias Bist du verletzt? Sie haben an mir geknabbert Aber es geht Hey es ist geschwollen Warte hier Ich werde etwas holen Nicht nötig Es geht schon wieder Ich kann aufstehen Und außerdem bin ich hier Um dich zu retten Und nicht umgekehrt Krass Leute Der Pias ist da Ja Starkopf Cool Also gut Bleib hier liegen Genau Ach ja hier Was denn? Hast du was? Ihh Was hat der denn gemacht? Der hat einen Schlüssel gefress Mein Wagenschlüssel Okay Die Monster haben ihn fast erschrottet Ich hoffe er gefällt dir Autoschlüssel Jo Leute Oh Der blutet aber auch Der schlägt Okay Er ist ohnmächtig Leute Ja Leute Der Pias ist da Er schläft fest Wo die Wirkung des Gifts Hier ist er sicher Ich lass ihn schlafen Ich weg ihn lieber nicht Leute Der Pias ist da Und unsere erste Priorität Wird sein Den zu retten Leute Wir müssen den nämlich retten Und Da hab ich jetzt eine Idee Und zwar Wir müssen ihm Kann ich euch ja erklären Wer ich auf dem Weg dahin bin Wir müssen ihm Eis geben Leute Wir müssen ihm jetzt Dreimal Eis geben Und das ziemlich schnell Bevor er uns abkratzt Ähm Ja Das heißt Das ist jetzt unsere Nummer 1 Priorität hier Was ein Glück Das wir uns hier in der Gegend Noch auskennen Leute Oh Moment 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 Da waren Gremlins Da waren Goblins drinnen Ne Hier sind Goblins drinnen Oh nein Ey Nicht die Dinger Ich hasse den Und wisst ihr Was Hier können wir einfach Äh Hier Ich hab mir ja Flare gekauft Hier Zack Mach mal Flare hier Ah ja So Bats Sie renkt alle weg Genau Leute Genau dafür Hab ich mir Flare gekauft Hier Jetzt sind wir wieder schön voll Sehr schön Genau Leute Die Gegner Genau Ähm Ich muss alle Gegner Auf dem Weg hier killen Weil sobald ich diese Ich sag's euch einfach Sobald ich das Eis aus der Truhe Da vorne hole Ähm Ja Muss ich mich beeilen Und darf keine Gegner killen Weil wenn ich dann Gegner kille Ähm Dann sieht's schlecht aus Weil dann schmilzt das Eis Und wenn wir dann Dann kriegen wir eine Wassertüte Weil geschmolzen Das Eis ist ja Wasser Ne Und wenn wir die Wassertüte Dann dem Och Ach nö Dem Pierce geben Dann stirbt der Das ist so Das ist Das ist krass Leute Der stirbt Wenn wir dem die Wassertüte geben Lauf Ach Jetzt geht das schon wieder los Ey Wirklich Ich hab's aber echt vermisst Leute Ich hab's vermisst mit den Dingern Ohne Scheiß So dann Ich hab's echt vermisst Ja Mach mich noch blind Moment Nein Lauf weg Äh Mach den Ah ich bin blind Das ist blöd Ähm Gut Dann macht Dann macht man die Turbo Heilung Genau Leute Schaut euch die Heilung an Und dann kommst du mal bitte her Kann ich den ja vielleicht hier sogar so Schieß Abschießen Ne So das hier ist nämlich was für High-Skill-Spieler Aber ich bin Ich bin da drin nicht so gut Aber ich glaube Äh Ah der blindste Zustand ist eh weg Alles klar Gut Leute Ähm Dann weich noch mal aus hier Äh Gut Ähm Haben wir den What's Sehr gut Ach die Pferde ey Was hab ich die vermisst Nicht Gut Leute Ähm Wir müssen Pierce schützen Das heißt wir haben hier Eine Eistruhe Eis könnte ich gebrauchen Schaut mal Ein Eisbeutel Genau Leute Jetzt müssen wir uns nämlich beeilen Wir müssen ganz schnell Dem Pierce Äh Dreimal was bringen Und ich glaube Dann kriegen wir Items Dann kriegen wir Items Und wir retten ihn Weil er liegt im Sterben Leute Wir müssen jetzt also quasi Dreimal äh Hin und her laufen Um ihn quasi dann Äh zu retten Und da würde ich sagen Mach ich das jetzt doch Einfach mal Ähm Ich weiß aber gerade Nicht was kürzer ist Hier der Weg durch den Saloon Oder oben durchs Zimmer Das ist jetzt ein bisschen Blöd Aber Ja wir laufen jetzt halt Dreimal hin und her Das ist einfach so Und ja da bin ich ja schon Beim ersten Mal hier ne Die Fahrt geht noch Dreieinhalb Minuten Das schaffen wir noch Leute So Ah ja Gib dem Pierce das Eis Los Gut Einmal mit ihm sprechen glaube ich Eis Ja genau Pierce Wach auf Hm Kühl die Wunde hier mit Danke Es geht mir besser Ach ja Nimm das Ne Cola Leute Er hat ne Cola für uns Okay Er ist wieder eingenickt Schläf fest Ja okay Gut Leute Das müssen wir jetzt Das gleiche müssen wir Jetzt noch zweimal machen Genau Leute Noch zweimal Und dann kriegen wir Ein Besonderes Item von ihm Und vor allem Er wird sich erholen Von seinen Schmerzen Das ist Wichtig Leute Das ist wichtig Gut Würde ich sagen Ja während ich da jetzt Hin und her laufe Kann ich euch ja mal Kann ich euch ja mal danken Dass ihr ja zahlreich Hier zuschaut Bei Parasite Eve 2 Das ist ja wirklich Wunderbar Und Ja kann ich euch mal Eine kleine Anekdote Von heute erzählen Und zwar Wir waren heute einkaufen Und Ja Einkaufen in Corona Zeiten Ihr wisst Es ist anstrengend Und vor allem Ja Wir waren in fünf Verschiedenen Läden Weil wir auf der Suche Nach Toilettenpapier waren Allerdings waren In den fünf Läden Fünf leere Regale Und das ist Ja Wir haben das Eisbiet genommen Und Das Ist Richtig Nervig Leute Ich weiß nicht Was die Leute machen Dass sie so viel Klopapier kaufen Oder dass die Dass die Läden Einfach keine Keine Kein Klopapier Auf Lager haben Oder was Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Ist das Bescheuert Wirklich Es ist einfach Bescheuert Und Ja Wir sind am Ende Dann so verblieben Dass wir halt Ja Feuchtes Toilettenpapier Geholt haben Und das dann halt Einfach Benutzen Und Ja Bisschen Umgewöhnung Aber das ist halt So In der Zeit Äh Ja Hurra Kein normales Klopapier kriegen Das ist halt so Gut Eier Gib dem Gebt dem Pierce nochmal Hier das Eis So Aufwachen Pierce Ähm Eier Ich dich auch Was Ähm Hier nimmt das Eis Da Danke Ach ja Hier Ach Da gibt uns Noch mehr Items Ich hebe es Für dich Auf Stimmt Leute Da gibt uns Noch zwei Items Ich muss Jetzt gucken Äh Dass ich hier Irgendwie Noch ein paar Items Loswerde Äh Was soll Was soll ich Was soll ich denn Da los Werden Hier Ich Ich Brauche das Alles was ich Jetzt hier Hab Aber ich Glaube Eine Medizin Drei Kann ich Wegnehmen Brauche ich Nicht mehr Gib mir das MP Wasser Bier Ach ja Hier Gut Leute Ist wieder Eingenickt Genau das Gleiche müssen wir Jetzt nochmal Machen Und ja Wie gesagt Also zurück zu meiner Anekdote Wir waren richtig Äh Angepisst Wirklich Aber Was will man Machen Ne Anscheinend Gehen die Leute Irgendwie früh Morgen Entweder früh Morgens dahin Einkaufen Oder Keine Ahnung Warum die nie Klopapier haben Vielleicht hat einer von euch Eine Erklärung Dafür Ja gut Leute Meine Uhr klingelt Jetzt kurz Aber ich mach die Folge Minimal länger Gut da ist meine Uhr Ich mach die Folge Minimal länger Weil ich das mit dem Pierce unbedingt Hinbekommen will Jetzt So Leute Wenn wir ihn nämlich Gerettet haben Dann können wir die Folge Zu Ende machen Und ja genau Also irgendwie Ich weiß auch nicht Warum jeder sich Da mit Klopapier einhamst Keine Ahnung So Eis nochmal Eier Schnell Weil die Folge ist gleich vorbei Und Ja Gehen wir da jetzt noch einmal kurz hin Und Wie gesagt Ich muss mich jetzt ein bisschen ungewöhnen Aber gut In Zeiten von Corona Ist das glaube ich Das geringste Problem Es gibt Leute Die haben Größere Probleme Und Leute An der Front Die deren großen Probleme Lösen können Dafür auch einmal von mir Ein dickes dickes Dankeschön An unsere Frontliners Wirklich Ihr seid super Was ihr für eine Arbeit macht Echt klasse Wenn einer von euch Hier zuhört Fühle ich Fühle ich von mir bedankt Wirklich Das ist echt Eine grandiose Arbeit So Leute Ähm Wir sind wieder da Beim Pierce Er steht Und Ganz wichtig Hier Hey Ah ja Keine Schwellung mehr Dank dir Rot ich im Hotel aus Gute Idee Ha Fast hätte ich es vergessen Schaut mal Er hat einen Papierumschlag Für uns Gut Ähm Den Papierumschlag Will ich definitiv haben Deswegen Wir haben Dreimal MP Wasser Level 2 Leute Haben wir hier noch eine Medizin 3 Haben wir Äh Wegschmeißen Entsorgen Leute Ich will das Ding haben Los Was hätte ich vergessen Hier das ist ein Papierumschlag Leute Ähm Das ist auch so ein Item hier Ein Ofuda Leute Ein japanischer Glücksbringer Steckt man ihn in die Tasche Genau Leute Ähm Hier gibt es glaube ich Ähm Weniger Schaden Wie ich das Äh Denke Und das Item werde ich auch Definitiv reinpacken Also Wir haben jetzt hier echt schon Viele Items in unserem Dings drin Aber das werden wir auch brauchen Eine Medizin 3 Haben wir sogar noch Zum Entsorgen Alles klar Gut Leute Wir haben Pierce gerettet Die Brise ist angenehm Ich bleib noch ein bisschen Alles klar Der ist so cool Der Pierce Wirklich Ich mag den voll Und Ja Genau Leute Ähm Wie es hier weiter geht Mit Pierce Jetzt an unserer Seite Leute Äh Würde ich sagen Sehen wir das nächste Mal Dann hoffe ich Dass euch die Folge Hier so gefallen hat Und wenn ja Dann lasst doch gerne Like oder Abo da Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen Wünsche euch noch Einen schönen Abend Oder schönen Tag Ne Tschö 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 tschö